Und damit willkommen zurück zu Let's Play James Bond Bloodstone. Wir jagen gerade Bernin, der gerade vom Wissenschaftler Tedworth ein Passwort für einen USB-Stick bekommen hat. Und diese schöne Autojagd in diesem wunderschönen Aston Martin durch die wunderschönen Straßen von Istanbul ist mal wieder eine Möglichkeit für mich zu zeigen, dass ich nicht Auto fahren kann. Deswegen verzeiht die folgende Inkompetenz. Und hier ist ja wirklich ein wunderbarer Verkehr. Wir dürfen Bernin dort vorne nicht aus den Augen verlieren, was etwas schwierig sein wird in dieser Mission. Denn er wird hier einige verwinkelte Straßen nehmen, wo wir leicht vom Weg abkommen können. Mein Gott, hier fliegen schon die ersten Transporte in die Luft. Wir haben ja schon einen Kontrollpunkt erreicht. Bernin ist nur noch wenige Meter entfernt. Da fliegt einfach mal ohne Grund eine Tankstelle in die Luft. Einmal so, aber vielleicht ist auch ein Auto reingecrasht. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Okay, da vorne ist ein Straßensperrer. Oh mein Gott, er dreht um. Wow, das war knapp. Er hat den Tunnel gewendet. Wo will er hin? Er will offenbar zu den Docks 007. Bleiben Sie dran. Wir brauchen diese Dokumente. Na gut, wenn Sie das meinen, dann bleibe ich dran. Und diese Panzerwagen wollen wir jetzt den Weg versperren. Och Mann, jetzt dachte ich, ich hätte an dem vorbeifahren können. Alter, ich hab Bernin gleich verloren. Oh, die orangene Leiste. Oh, hab ich grad noch überlebt. Diese, diese, diesen Unfall. Weil sonst wollen die mich immer so an den Rand drängen. Und da dachte ich, jetzt würde ich episch vorbeifahren können. So wie hier grad. Kisten machen ja meinem Auto nix aus. Ich kann hier, glaub ich, nicht kaputt gehen. Sondern bloß Bernin halt aus den Augen verlieren. Oh, wenn das jetzt ein Hindernis wäre, dass ich nicht hätte durchbrechen. Was ist da in die Luft gegangen? Och, du scheiße Streifenwagen. Und warum schießen die auf mich? Oh, Wasser! Och, du scheiße, ich kann doch kaputt gehen. Sieht nicht sehr gut aus für mich. Ich sollte nicht so oft gegen Gegenstände fahren. Und nicht, versuchen nicht über die Kanten ins Wasser zu fallen. Okay, jetzt ein bisschen vorsichtiger fahren. Wow, sagte er und fuhr gegen die Wand. Uh, uh, uh. Hier geht alles so schnell. Und ich verlieh hier sehr schnell den Überblick. Mein Auto dampft immer noch. Ach, das tut mir weh, dass ich diesen schönen Aston Martin zerstören muss. Beziehungsweise ich muss ihn gar nicht zerstören, aber ich tue es trotzdem. Hihi, hi, hi. Ach komm, wie lange muss ich dem noch hinterher fahren? Du schießt gefälligst nicht auf mich. Ich habe so ein schönes Auto. Ah, nein, 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 nein! Und ich habe ihn verloren. Aber zum Glück bin ich nicht ins Wasser gefallen. Gucken wir mal, ab wann der Kontrollpunkt ist. Ach, ab hier. Mein Auto ist gar nicht mehr so kaputt. Und ich fahre erstmal wieder gegen die Wand, damit es auch wieder so ist, wie es davor war. Aber wir sollten das, glaube ich, schon noch in diesem Part schaffen. Wenn nicht gar noch die nächste Etappe des Spiels hier starten. Hoffe ich schon, weil eigentlich sind die Autoszenen in diesem Spiel nicht sonderlich lang. Aber halt auch nicht gerade die einfachsten. Vor allem nicht auf dem Schwierigkeitsgrad, wo ich es bis jetzt noch nie gespielt habe. Mit den Anforderungen. So, das war jetzt sehr viel informatives Gerede. Wir haben einen neuen Kontrollpunkt. Sehr schön. Bernin ist nicht mehr allzu weit entfernt. Oh mein Gott, ein Bagger. Hihihihihi. Er hat das Dörgelände verlassen können. Sehen Sie, wo er hinlöst? Er ist Richtung Osten, 907. Nach Osten. Nach Osten will er, der Bernin. Nach Öst-Bernin, äh Berlin. Ach du Scheiße. Wuhu. Alter, das war knapp. Also die Inszenierung von dem Spiel, das muss man schon sagen, die ist... Haha. Verdammt. Jetzt wollte ich da episch durchbrettern. Hat aber nicht funktioniert. Die Inszenierung von dem Spiel, die ist schon, äh, recht geil manchmal. Aber die Abwechslung, die ist halt, naja, nicht immer gegeben. So, da labere ich jetzt dazwischen, weil man es ja nicht mehr hören muss. Ach komm, hättet ihr mich da halt durchgelassen. Ihr Spacken. Oh. Juhu. Ach man, macht euch immer zu, ihr Deppen. Oh, ist ja klar. Ist ja klar. Ist ja... Auf ein neues. Ja, ich schnippel das jetzt nicht so. Ich darf mich ja nicht verstecken vor, äh, meinen Sterbeanfällen in diesem Spiel. So, ihr verkackten Panzerwagen. Ich will euch jetzt schon überholen. Jippie. Ihr seid mir schon mal kein Hindernis mehr. Bernin ist weniger als 100 Meter entfernt. Das ist schon mal was. Und drei. Wow, super Sach. Okay, das wäre schon mal geschafft. Und jetzt muss ich hier noch heil durchkommen. Jippie. Das machen wir erstmal in die kleine RATIO. Oh mein Gott, fahren wir über eine Baustelle. Ach du Scheiße. Juhu. 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 Aber James Bond ist nicht tot. Wir haben diesen Stoß natürlich überlebt. Und wir werden jetzt natürlich erstmal diese Waffen ausschalten. Die jetzt versuchen, sich von unserem Tod, äh, von meinem Tod, zu versichern. Was aber natürlich nicht der Fall ist. Leider ist meine Waffe jetzt nicht mehr schallgedämpft. Smartphone. Okay, hier sind gerade keine Gegner. Aber ich nehme mal die MP5 mit. Damit ich mich gegebenenfalls ein bisschen besser verteidigen kann. Aber ich bleib mal bei der Pistole. Okay. Da vorne sind Waffen. Äh, Waffen. Wachen. Na gut, holen wir die mal weg. Ach, komm. Ach, Mann, Alter. Warum ziehe ich eigentlich so schlecht? So. Jetzt ist der weg. Da hinten ist nämlich ein Beweis. Den will ich mal kurz holen. Mit dem Smartphone. Ach, der ist auf der anderen Seite. Ist ja klar. Und wo kommt der Feind? Der Feind kommt von da. Beseitigen! Ha, ha. Und seine Shotgun würde ich mir gerne nehmen, aber... Hm. Wisst ihr doch, ich mach das jetzt doch. Ein Kaliber 12. Okay. Wieder zur Pistole wechseln und den Beweis mal suchen. Wo ist der jetzt? Der Beweis, der Beweis. Ist das ein Nummernschild von dem Auto? Nein, ein zerstörter Truck. Ich schau mir das aber nicht an, weil es mich nicht interessiert. Und ich gehe hier oben rum. Weil auf dem Boden laufen zu Mainstream ist. Oh mein Gott. Wir sind ja Wachen. Ach. Alter war das. Knapp. In Deckung gehen. Da kommt schon der Nächste. Auf Agent kann ich es mir gar nicht leisten, auf den zuzurennen. Und den zu beseitigen. Trotzdem mache ich es. Ha. Da muss ich einmal getroffen werden. Und schon kommt sie sind verletzt. Gehen sie in Deckung. Das war beim anderen Sicherheitsgrad. Schwierigkeitsgrad. Konnte ich locker 10, 12 Treffer einstecken. Nein, nein, nein. Wir müssen die Übergabe stoppen. Das heißt, Bernin darf diesen Hubschrauber nicht betreten. Das heißt, wir müssen uns beeilen und ihn aufhalten. Hier ist noch ein bisschen MP5 Munition, oder? Habe ich das? Ja, ich habe ja die Kaliber 12, gell? Habe ich ja vorhin genommen. Bleibe ich aber doch beim Dauerfeuerwäffchen. Kontrollpunkt. Wir brauchen mehr Zeit. Sie brauchen mehr Zeit. Die werden sie nicht bekommen. Ach, komm. Jetzt geht er in Deckung, der Spast. So. Wuhu. Ihr habt Glück, dass es hier kein Schnellspeichern gibt. Sonst wäre ich hier wieder die Hälfte vom Part am Speichern. Wo ist der Rest? Ach, da. Okay. Gehen wir erstmal in Deckung. Will vielleicht jemand von euch mal herlaufen, damit ich euch beseitigen kann? Nein. Dann machen wir halt so. Uhu. Ach, scheiße. Die hat nur ein Magazin gerade. Dafür kann ich mir nachher hier ein paar bisschen Munition holen. Zwei Schüsse hier. Och, die haben nicht ausgereicht. Okay. Pum. Ach, komm. So. Die Aktion ist kritisch. Was labern die da? Ach, da wird ich schon wieder beschossen. Von dem Typs, der hier ist. Okay. Hier ist es eine AK-47. Na gut, nehme ich die statt der MP5. Vielleicht ist das jetzt hier die neue Standardwaffe. Hm, doch nicht. Ach, was kümmere ich mich eigentlich darum. Ich schieße eh die größte Zeit mit Pistole. Ach, die schmeißen die Leiter um, damit ich ihnen nicht folgen kann. Das haut es auch raus. Das erschwert für mich jetzt natürlich das gesamte Spiel. Intelligenten, bösen Buben. Okay, die sind schon mal weg. Wenn auch nicht sonderlich elegant. Gehen wir hier in Deckung. Wo sind die nächsten Gegner? Dort. Mit der AK weggebasht. Mit der AK weggebasht. Und kein Gegner mehr. Die Frage ist jetzt, was haben die alles für Munition? Für welche Waffen? Würde ich gerne mal gucken. Der da vorne. Hat eine MP5. Ach komm, ihr könnt euch auch nicht einigen, was ihr jetzt für Waffen nehmt. Das wäre für mich viel einfacher. Okay, hier ist eine Leiter. Da soll ich dann wohl hoch. Düdlülülüb. Okay. Hier war auch wieder eine MP5. Und jetzt soll ich diesen Holzträger treten. Bäm! Das ist ja mal praktisch. Wer braucht schon eine Leiter? Wenn er James Bond heißt. Smartphone. Okay, da ist jetzt wohl irgendwas. Habe ich einen Beweis übersehen? Oder wollten die mir einfach den Wegpunkt zeigen? Okay, einfach wohl den Wegpunkt. Hier wird es jetzt wieder leicht dunkel. Aber stört mich ja nicht. Wuhuuhu! Rund her! In Deckung gehen. Och, die rennen weg. Wo zum Teufel steckt er? Wo ist der hin? Ach du Scheiße. Gleich mal ein Feindtransporter. Kommt her, ihr Feiglinge! Ha! Und ich schieße meine ganze Munition an ihm vorbei. Uhuhu! So. Dürft hier eigentlich keiner mehr sein? Nein. Und die haben auch schön Munition. Für mich natürlich. Ach! Scheiße, scheiße, scheiße. Ich sollte nicht so voreilig sein. So. Den kann ich vielleicht beseitigen. So. Haha. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Da hab ich's grad überlebt, ihn zu beseitigen. Und, äh, dann kommt wieder ein Heini mit dem Granatwerfer. Also die Granatwerfer machen wir auf dem Schwierigkeitsgrad echt zu schaffen. Guck ich, dass ich den mal gleich zu Anfang wegkrieg. Ich hab ja drei Fokusse. Die könnten mir da schon recht behilflich sein. Der ist schon mal futsch. Und der auch. Okay. Munition holen. Und dann geh ich gleich mal hier in Deckung. Und wo ist der Granatwerfer? Spaß. Der ist tot. Granatwerfer ist da. So. Der ist jetzt weg. Für solche kann man den Fokus wirklich gut einsetzen. Da seh ich das nicht als Cheaten an. Okay. MP5 lass ich jetzt mal ein bisschen. Geh für solche Einzelschüsse zur Walter P99. Weg. Drei Leute wieder. Kein Granatwerfer. Aber okay. Bäm, bäm. So. Ich will aber jetzt nicht hierbleiben. Ich renne mal ein bisschen vor. Okay, die Action hier ist richtig. Ja, komm her, komm her. Ich beseitige dich. Dann halt nicht. Bäm, bäm. Und da war auch noch einer. Boah, jetzt komm halt. Zier dich doch nicht so. Hier ist wieder ein Truck zum Scannen. Uhu, ich scanne Fahrzeuge. Weil ich natürlich James Bond bin und als Geheimagent nichts anderes zu tun habe. Nein, ich hebe keinen Granatwerfer auf. Okay, ich muss schon hier lang. Habe ich richtig im Kopf gehabt. Neuer Kontrollpunkt. Ja, knallt ihn persönlich. Ah, beseitigen. Tom. Okay, wo ist der nächste Gegner? Da hinten. Gehe ich gleich mal in Deckung. Schauen wir kurz die Lage mit dem Smartphone an. Kein Granatwerfer. Das dürfte dann eigentlich ohne Probleme gehen. Da hinten kann ich leider nicht in Deckung gehen. Dann mache ich es halt von hier aus. Oh, zwei. Sehr schön. Die sind so schön synchron umgefallen. Deckung wechseln. Und eben schießen. Uhu. Und. Och, wo ist der jetzt hin? Da ist er. Ich habe eine Idee. Das will ich kurz ausprobieren. Okay. Ah, überspringen und beseitigen. Ach, cool. Ich habe den im Überspringen weggemacht. Überspringen und beseitigen. Das ist lustig. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Okay. Jetzt ist alles so still. Die Ruhe nach dem Sturm. In diesen wunderschönen Ruinen in Istanbul. War jemand von euch Zuschauern schon in Istanbul? Und gibt es da wirklich solche Ruinen? Bestimmt gibt es da solche Ruinen. Und wenn ihr schon mal in Istanbul wart, wart ihr dann auch hier drin? Gibt es was, das ihr mir empfehlen könnt, falls ich mal nach Istanbul gehe? Lauter Fragen, die die Welt nicht braucht. Okay. 23 Meter noch. Und es geht wieder abwärts. Ich dachte, wir werden jetzt endlich aus den Katakomben draußen. Holen Sie den Herd! Sie sind unterwegs nach Bravo! Fast da! Unterwegs nach Bravo! Und ich bin verletzt. Ich sollte nicht so stürmisch losrennen. Ach, vielleicht doch. Ja, komm her! Ich will dich beseitigen! Den Hubschrauber könnte ich auch scannen. Pam, pam! Wieder in Deckung gehen. Und dann scanne ich mal den Hubschrauber. Ohne Granate! Verdammt! Das ist ja knapp gewesen. Dafür habe ich den Hubschrauber gescannt. Das war totally worth it, wie man so schön sagt. So, zwei etwas besser gepanzerte, die mich schier umgebracht haben. Bum, 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 bum. Herzschlag! Ach, Mann. Warum sind die so gepanzert? Ich dachte, die kommen erst später im Spiel, die Leute. Und wieder wirft er eine Granate. Der feige Sack. Die natürlich nicht mal hier ins Tor reingekommen ist. Dummer Schütze. Ach, komm, ihr habt nur eine Schildmütze auf. Ihr dürft gar nicht so viel aushalten. Oh mein Gott, der da oben hat wieder einen Granatwerfer. Hatte er jedenfalls, dachte ich. Und selbst wenn nicht, habe ich halt einen Fokus verbraten. Ist jetzt auch nicht. So, der ist auch weg. Und dann steht da unten noch einer mit einer AK. Dann hole ich mir mal den. Wo ist denn der? Da hinten um die Ecke, der feige Sack. Uhuhu. Da ist er. Um die Ecke. Natürlich hat er mich nicht gesehen. Der hochintelligente Gegner. Uhuhu. In Deckung gehen. Ich bin auch hochintelligent. Auch wenn er es mir nicht anzieht. Ecke weh. Äh, Deckung wechseln. Ich habe gerade Ecke wechseln gesagt. Weil ich bei Um die Ecke und Deckung wechseln durcheinandergekommen bin. Nicht schießen. Ich möchte dich nur umbringen. Ich schaffe das noch. Ja, ha, ha, ha. Ich beseitige, wie schon gesagt, nicht, wenn es taktisch klug ist, sondern einfach, wenn ich Lust drauf habe. Okay, muss ich jetzt hier rein? Oder wo, wo? Smartphone, zeig mir den Weg. Stern über Bethlehem. Ach, du Scheiße. Geht ja alles kaputt hier. Uhuhu. Ihr bleibt schön da oben. Schön mit der Pistole auf die Brust schießen. Was natürlich den Gegnern hier nichts ausmacht. Da schießt noch einer, den ich so nicht gesehen hätte. Gibt es einen Granatwerfer, Heini? Da hinten. Okay. Haha, der ist tot. Fokus brauche ich nicht für den Rest. Eigentlich nicht. Ja. Ein Schritt zur Seite ist natürlich die beste Deckung. Immer noch im Schussfeld. Aber einen Schritt zur Seite gemacht. Warum lade ich eigentlich nach jedem Schuss nach? Ich habe nicht nur ein Schussmagazin. Verreckt doch. Und schon wieder lade ich nach. Das ist schon ein Reflex. Sobald ich wieder in Deckung bin, auf L drücken. Ich weiß nicht, warum ich es mache. Aber ich mache es einfach. Äh. So. Jetzt kann ich eh nicht mehr nachladen, weil meine Munition fast vorbei ist. Zum Glück haben die Leute hier auch ein paar Pistolen dabei. Hoffe ich jedenfalls. Nein, dann bleibe ich wohl bei meiner 90-schüssigen MP5. Schalten Sie ihn aus. Ich mache die Übergabe. Nein, du wirst nicht die Übergabe machen. Bond wird dich aufhalten. Ja, warum lebt er noch? Weil ich James Bond bin, du Spast. Er darf die Übergabe nicht mehr. Oh, scheiße. Schon ein Gegner. Alter, der hat mich kurz überrascht. Du stirbst. Dass der mich jetzt hier noch weggeschossen hätte. Pistolenmunition, sehr schön. War da eigentlich irgendwas drin hier gerade? Beweis oder sowas? Nö, nichts zum Scannen. Schade. Wozu war dann diese Gasse da? Für um Deckung gehen, oder? Wir müssen es schnell zu Ende bringen. Ich will einen Namen. Für wen arbeiten Sie? Niemals. Versuchen wir es nochmal. Wer war es? Wer hat Sie angeheuert? Ich will den Namen. Pomeroff. Stefan Pomeroff. Wohin bringt er die Papiere? Keine Ahnung. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Bitte. Bitte, lassen Sie mich gehen. Ich habe keinen Nutzen mehr für Sie. Da haben Sie recht. Schon ein eiskaltes Arschloch, der Bond? Also, von der Bond?